Viktor Brovski fordert bei Niederlage Verstärkung an. Was für ein Opfer. Viktor, ich werde dich vernichten. Du bist mein Opfer, Viktor. Er ist keine Chance, Viktor. Ich hab dich nicht ganz verstanden. Du warst sehr leise. Das Publikum war lauter, Viktor. Aber wir machen das. Habt ihr diesen Wahnsinnstreffer im Stream gesehen? Oh Mann! Oh shit! Was für ein übler Treffer! Und da kommt schon deine Verstärkung. Drei weitere Leute brauchst du. Viel Erfolg!